Hallo liebe Zuschauer, wir haben was Neues. Durstlöcher, weil ich habe auch gerade Durstlöcher. Ja, also ich habe nur ein paar Sorten gekauft. Wir haben nur vier Sorten gekauft. Es sind eigentlich zwölf Sorten, also mit denen mitgerechnet. Aber wir haben erstmal nur die vier genommen. Und wenn wir noch die anderen probieren sollen, dann sagt einfach Bescheid. Nein. So, ich sage darum. So, die Sache ist, wir haben erst mal drei Sorten gekauft, die... Ich habe die gefunden. Genau, Sauererbe, Sauerapfel und Sauerpirsich. Und dann waren wir noch in einem anderen Geschäft und haben noch Zuckerwatte gefunden. Und wir dachten, komm, dann nehmen wir das auf. Jawohl. Aber eigentlich, wir wollten tatsächlich das Video für sauer Obst. Ja. Und die anderen Sorten sind wie gehabt. Normal, also Pfirsich, Zitrone, so. So, aber das sind jetzt so... Es gibt auch noch Kaugummi-Geschmack. Ja. Aber... Aber das ist so wirklich so... Ja, also Kaugummi, das... Kaugummi, Sauer, Sauer-Kaugummi-Geschmack. Das ist ein bisschen speziell. Das ist nicht Kaugummi, das ist so, weil das sind so wie saure Ringe. Die kann man sich ja auch kaufen mit Apfelgeschmack und alles. Und das ist eben saure Ringe. Das da. Und wir haben doch Zuckerwatte mitgenommen. Ich habe auch Kaugummi gesehen, aber ich bin nicht so der Kaugummi-Getränk-Fan. Also ich mag das nicht so Kaugummi-Getränke. Zuckerwatte, das habe ich noch nie probiert, so ein Getränk. Aber Kaugummi habe ich schon mal probiert. Und das finde ich jetzt nicht ganz so lecker, deswegen habe ich es nicht mitgenommen. Also wir fangen erstmal mit den drei da und dann als Nachttisch dann... Nachttisch. Okay, ich suche eins aus. Ja, ich mache mir Augen zu. Und dann, ich stelle einfach meine Hand auf irgendwelche. Und... Du musst sie erstmal umdrehen. Ja. Und los. Erdbeer. Okay, die anderen stellen wir zur Seite. Ja. Ich mache das ab. Aber wir haben ja auch Gläser. Ja? Ja. Ich habe hier Gläser geholt. Wir nehmen... Nein, das nehmen wir einfach. Flamingo ist rosa, passt. Jawohl. Gott. Wir stechen mit dem Streuen rein, dann machen wir den Fuhren. Okay. Direkt verknickt. Lass das jetzt Papier streuen. Soll ich einen Scherio lieber holen? Ja. Ja. Nein, warte ich schaffe das. Ich habe das. Ja, aber willst du jetzt immer... Ich habe das. Da soll man ein bisschen... Schnapp. 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 Schnappi. 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 Ach, na. Wir haben jetzt... Ja, natürlich. Weil wenn ein Mädchen nicht auf der Papa hört, dann passiert sowas an. Das passiert nicht übrigens anderes. So. Soll ich dann too fast wissen? Ja klar. Aber nächstes Mal bitte. Aufkassen. Ja. Auf der Papa hören, auch wenn er nicht recht hat. So, bitteschön. Ich mach das. Ja. Mach das bitte. Muss das sein. Muss doch noch. Komm hoch. Halb Liter fürs Tisch. Die muss auch mitprobieren. Und dann wir. Komm, dein Auge auch hat was bekommen. Ich probiere als erstes. Also, Edbert ist Löschel. Sauer, Apfel. Ja, Apfel. Edbert. Edbert. Lecker und sauer. Ja. Das ist alles deine Schuld. Von Anfang an. Das ist ohne. Jetzt kommt. Das ist sehr schwach. Ja. Schwaches Geschmack. Moment. Alles ist schwach. Alles ist schwach. Edbert. Alles ist schwach. Schwaches Geschmack. Boah. Also. Boah. Also. Das ist wirklich. Das ist auch. Ja. Es steht auch Geschmack. Also ich bin so blöd. Geschmack. Geschmack. Egal was. Geschmack. Egal was. Egal welcher Produkt. Wo da Geschmack steht. Das ist. Chemie. Das ist Tropfen. Das ist kein Edbert. Acht. Gib mal Acht. Ja, lang doch. Wir wollen uns andere auch probieren. Du kannst danach. Trinken. Wir erzählen erstmal darüber. Äh. Also. Ich finde es. Also. Es muss jetzt nicht sagen. Also es ist lecker. Aber. Ich würde es jetzt nicht. Mir. Mich. Ich würde es mir jetzt nicht kaufen. Und sagen. Oh. Das hat mir so gut geschmeckt. Ich. Ich will das jetzt immer trinken. Aber. Es schmeckt gut. Also wenn. Jetzt. Ich irgendwo bin. Und das gibt es da. Und ich habe gerade Durst. Und es gibt nichts anderes. Dann würde ich mir das kaufen. Aber. Es wird jetzt nicht mein Lieblingsgetränk. Also. Äh. Ich übertreibe wirklich nicht. Nicht. Weil ich. Kein Zucker Fan bin. Oder Sachen. Aber. Ne. Äh. Ich werde lieber Eistee trinken. Oder. Das ist Eistee. Ja. Aber das ist. Hat nichts mit. Also. Geschmack. Nichts mit Eistee zu tun. Das ist irgendwas anderes. Wasser. Mit. Äh. Mit Glucose. Wie weiß. Glucose. Und. Äh. Äh. Geschmack. Das. Und Farbe dazu. Farbe. Farbe. Ja. Was für Farbe. Oh. Das ist eklig. Ja doch. Steht Farbe. Guck mal. Das ist doch rosa. Was ist das sein. Gut. Geh lieber zuschauen. Ja. Das ist rosa. Seht ihr das? Farbe. Okay. Wir probieren erstmal. Also. Ich sag ganz ehrlich. Für mich. No go. Also. Ich werde es. Niemals kaufen. Äh. Ich werde es niemals kaufen. Jetzt. Machen wir weiter mit anderen. Ich mache diesmal Augen zu. Und tue eins machen. Du musst dann. Mischen. Bitteschön. Jawohl. Dann. Fürsicht. So. Wir müssen schnell machen. Weil das Video bis 10 Minuten nur. Ne 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 ne. Wir machen einfach hier auf. Weil sonst äh. wird auch. Schlecht. So. Bitteschön. Jawohl. Ja. Das sieht besser aus. Weil es hat keine Farbe. Gott sei Dank. Oh. Das riecht voll. Oh. Das riecht voll. Das riecht voll nach Pfirsich. Oh. Wie Diodoro irgendwie. Oh. Diodoro. Pff. Chemie. 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 Komm. Trink. 10 Minuten. Ich muss mal aus. So. Müssen. Ja klar. Okay. Also. Das ist nicht mein Farbe. Also. Ja. Ähm. Voll und echter Geschmack. Aber besser wie Erdbeer. Ich muss sagen. Ich finde Erdbeer besser. Okay. Wir machen mit Apfel weiter. Ja. Und. Das beste kommt zum Schluss. Naja. Das ist ja nicht das ganz letzte. Das hoffe ich. Das ist ja nicht das ganz letzte. Das letzte ist der Zuckerwatte. So. Apfel. Auch gerne. Keine Farbe. Mindestens was Positives. Ah. Ich bin gespannt. Oder etwas bisschen Farbe. Oh Mann. Alles verschlaffert. Ich bin auch ein Kind. Oh. Das riecht voll gut. Das riecht wie Apfelschorle. Ja. Ja. Von Duft hier irgendwie besser. Aber. Chemie. Ja. Küstlich. Alles so günstlich. Ist nicht immer geil. Ich liebe Apfelsaft. Apfelschorle. Purer Apfel. Apfelkuchen mache ich jetzt nicht. Aber. Das ist wirklich lecker. Mhm. Ich glaube das ist jetzt mein Favorit. Das ist Number One. Ja. Ja. Das schmeckt so lecker. Wir machen mal hier Platz kurz. Damit wir. Ich schiebe einfach so. Wir haben Platz. Für Zuckerwatte haben. Ja. Gib mal Zuckerwatte. Wir haben nur eine Minute. Ich mache es. So. Jetzt. So. Also. Apfel ist wirklich. Der Beste. Bis jetzt. Hat das Farbe? Nein. Zuckerwatte. Oh. Das riecht gut. Das riecht toll. Das riecht wirklich toll. Das riecht wirklich toll. Das riecht wirklich toll. Das riecht wirklich toll. Das erinnert mich an meinem Web. So wenn ich so. Marshmallow. Äh. Ja. Zuckerwatte. Ich mag. Ich mag. Zeig mal. Ich mag wirklich. Ich mag Zuckerwatte. Mhm. 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 Zucker und Wasser und Duft. So lieber Zuschauer. Also mein Favorit ist Apfel. 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 Geht. Es bleibt. Number one. Number two. Number three. Number three. Nein. Number three. Number four. So. Also. Apfel ist das beste. Aber Finger weg. Alles Chemie. Und alles wirklich. Macht man nicht. Peace. Ciao. Auf Wiedersehen.